Ich meine, dass das Grundthema, nämlich wie sich die Politik und die Wirtschaft, die Industrie, der Service, die Banken auch miteinander verständigen, dass das eine sehr gute Plattform werden kann und ich freue mich schon auf das Feedback der Teilnehmer. Ja, also mir war eben erst mal wichtig, den Austausch zwischen Politik und Wirtschaft mal mitzubekommen und ich wollte mich einfach mal überraschen lassen, in welchem Rahmen der Austausch hier stattfindet und ich finde, es ist bisher sehr gut gewesen. Es waren gute Gespräche und wir hatten sehr aktuelle Themen. Heute durch den Pferdefleisch-Skandal und was alles so in den Medien dann auch gespielt wird, dass man so ein bisschen auch mal aus dem Hintergrund erzählen kann, was so die Hintergründe sind, warum Politik Entscheidungen wie trifft und für uns war es einfach auch mal als Politiker schön, aus verschiedenen Bereichen, jetzt nicht bloß aus einem Unternehmensbereich, sondern aus verschiedenen Branchen einfach mal Rückmeldungen zu bekommen, wie sowas dann ankommt. của über B .